Hi, ich bin Carina, ich bin Sängerin an der Staatsofer Stuttgart und Singen ist absolute Schwerstarbeit. Körperlich wird einiges uns abverlangt. Es ist ein Muskelapparat, der wahnsinnig beansprucht wird beim Singen. Nur so als Beispiel, ich bin Sopranistin, ich singe viel hohe Töne. Bei einem hohen A, wenn ich das singe, schwingen zum Beispiel die Stimmlippen 880 Mal in der Sekunde auf und zu. Also wenn man sich das mal vorstellt, da ist schon einiges in Bewegung. Wenn euch das interessiert und ihr mehr über Sänger und Singen und die Stimme wissen wollt, Human Jukebox heißt unser Projekt und wir sind am 13.14. im Witzemann. Kommt vorbei!